Hi, ich bin Andi und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann bleib dran. Hi, und zwar geht es darum heute, ich habe mich verlaufen. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich habe meinen Kompass verloren, mein Kompass ist kaputt gegangen oder sonst irgendwas. Gut, Gott sei Dank habe ich meine Armbanduhr dabei. Meine Armbanduhr ist jetzt keine Digitaluhr, sie hat Zeiger, aber genau das, was ich brauche. So, mein Kompass ist also jetzt verloren gegangen. Ich gucke also, wo ist die Sonne. In dem Fall ist die Sonne natürlich direkt jetzt hinter der Kamera. Ich könnte sie jetzt drehen, dann seht ihr die Sonne, ihr wisst, wie sie aussieht. Anhand der Schattenverläufe auf dem Boden könnt ihr sehen, dass die Sonne hinter euch steht. So, wir haben es jetzt auf meiner Uhr genau 14 Uhr 38. So, das heißt, meine Sonne steht da oben. Ich richte jetzt den Stundenzeiger von meiner Uhr genau auf die Sonne. Das heißt, der Stundenzeiger stände auf 14 Uhr, das heißt die 2, richte ich jetzt genau auf die Sonne. Wenn meine Uhr genau ausgerichtet ist, weiß ich genau, aha, von 14 Uhr bis 12 Uhr, also zurück bis zu 12. Genau dazwischen die Mitte, das heißt zwischen 14 und 12, wäre in dem Falle 1 Uhr, 13 Uhr. Genau da ist Süden. Und schon weiß ich, wo ich langlaufen muss. Ich finde jeden Weg wieder nach Hause. Ich finde den Weg aus dem Wald und alles ist gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, worum es im nächsten Video gehen soll. Also dann, bis später. Ciao.